Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid zu einem neuen PC-Engine-Video. Heute mit AirZonk. Ja, den Bruder kennt man auf jeden Fall. BC-Kit. Sollte man kennen vom Amiga. Das ist der Ableger davon. Das ist ja das alte Ego von BC-Kit, AirZonk. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt richtig, richtig, richtig gut. Und ich gehe erstmal in den leichten Modus. Mach einfach Auto, besser ist das. Das macht auch immer sehr viel Spaß. Leute, natürlich bin ich auch wieder auf Twitch am Start. Wenn ihr da mal Bock drauf habt zuzugucken, checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung. Und seid am Start. Ich nehme jeden Dienstag PC-Engine auf. Und wir haben unseren Spaß auf jeden Fall dabei. Und Klaus schreibt gerade, so Games sind richtig geil. Ja, natürlich, voll. Lebe ich auch total. Da ist die PC-Engine dafür gemacht. Also ich glaube, es gibt keine Konsole, die so viele Shoot-em-Ups hat. Also Schmops, wie die PC-Engine. Ich muss das Mikroformat zur Seite stellen. Ein bisschen so perfekt. Also finde ich total geil. Auch die Grafik, Leute, ihr seht's. Also das ist ein Titel, den sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, meiner Meinung nach. Weil das macht Spaß. Und das macht unfassbar viel Spaß. Die Mucke ist auch echt cool geworden, muss man ehrlich sagen. Oh, die ziehen an. Ich glaube, ihr habt im Hintergrund den lieben Loco gerade gehört. Leute, der gehört zum Stream. Also ist das dann einfach so, wenn ihr ihn hören solltet. So, da ist der erste Boss jetzt. Oh ja, nimm alles mit, warum nicht? Wow, 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 wow. Da musst du echt dranbleiben, glaube ich. Wir brauchen den Smiley. Haben wir ihn geschafft? Ja! Ja! Hallo, Hermelinchen, wie geht's dir denn, meine Liebe? Es wird für euch vielleicht komplett bedeutungslos sein, aber Hermelinchen hat sich die Haare heute gefärbt. Und sieht sehr gut aus. Also, das passt zu ihr. Es ist so cool, es ist so cool. Hermelinchen, mir geht es gut. Ich bin am Aufnehmen für Twitch. Für Twitch, für YouTube. Oh, ich finde wirklich dieses, das Scrolling auch bei dem Spiel ist echt sehr geil. Gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Hallo, Joseph, schön, dass du da bist. Der liebe Joseph Design ist auch am Start. Er ist übrigens der Typ gewesen, der mein wundervolles Gemälde gezeichnet hat, wo ich mit ihm am Spielen bin und wo Loco da ist und die ganzen Figuren. Ist auch mein jetzige Profilbild hier auf YouTube. Joa, das hat er gut gemacht. Der macht eine sehr gute Arbeit, der Junge. Und Hermelinchen macht Gulasch für morgen. Nein! Haben wir ihn geschafft, John? Haben wir ihn schon geschafft? Auch schön! Stage clear. Aber man muss dazu sagen, ich habe auch, ähm... Ich habe auch, ähm... Ich habe auch, äh, leichten Modus gespielt. Ich bin der Meinung, sollte man auf jeden Fall erstmal leicht spielen. Das hat nämlich schon echt einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Der liebe Klaus sagt gerade, das habe ich gar nicht auf meinem Ende, Nick. Ach, ich glaube, das lässt sich bestimmt ändern. Jung, jung. Nein! Er hat das Leben verloren. Da auch wieder der Sound, richtig geil. Die Soundeffekte auch geil. Das Level auch super toll. Nein! Ey, was ist los? Ey, wir sind so gut durchs Erste gekommen. Ey, ist das dein Ernst? Ja, das ist ja, was ist da los? Ja, wow. Ey, komm, ich will doch weiterspielen. Nein! Du lecker, du Mensch. Was ist los? Ich hab' nur noch ein Leben, das will ich nicht. Auch so geil! Sieht auch megamäßig aus. Sieht auch megamäßig aus. Ist dein Ernst? Leben verloren. Ach man! Okay, letztes Leben. Ey, komm, komm, bitte continue. Bitte lass mich ein Continue haben. Bitte, bitte, bitte. Boah, Junge, der ist ja asozial, der... der Bildschirm. Hohohohoho. Komm, Stage 2, geh mal nochmal rein. Let's go. Ja, da kriegst du ein Epileptischen. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Ich glaube, das passt. Wieder dieselben Raketen mitgenommen. Ach, ist das ein Mist. Ach man, ich hab's doch vorhin schon mitbekommen. Warum machst du dann jetzt so? Jawohl, Klaus zockt sich jetzt Ninja Jiyuken. Ich glaub, das müsste Ninja Spirits sein. Da freut mich auch schon sehr, euch das vorzustellen. Aber das dauert noch ein bisschen. Geiler Move, geil. Richtig cool. Ich finde, das ist ein richtig schöner Background. Und Klaus sagt gerade oder schreibt gerade, ich hab's falsch geschrieben. Ja, das kann passieren bei den japanischen Namen. Bin gespannt, wer da auf uns wartet als Boss. Nein! Warum schon wieder? Ja. Oh Mist, aber das ist gar nicht mal schlecht. Ja, geil, ne Katze mit Sonnenbrille. Das sind echt super coole Sprites. Das muss man wirklich sagen. Also, das fällt mir gerade so ganz extrem auf, dass das echt ziemlich, ziemlich cool ist. Jetzt krass, jetzt juckt auch noch, jetzt krass meine Nase. Jetzt juckt meine Nase. So, wen haben wir denn da? Was bist du denn? Oh, 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 oh. Das geht schnell. Das wird schnell gehen. Ja, das geht schnell. Das war's, ne? Ah, Mist. Wenn wir noch ein Continuum haben, wir machen es noch einmal. Das ist ein ganz ekliger Bildschirm. Komm, wir haben noch ein Continuum. Komm, eins machen wir noch. Einen Durchgang. Versuchen wir noch. Alle guten Dinge sind drei. Und ich glaube, jetzt wird's was. Wenn nicht, habe ich mich ultra krass blamiert, aber euch wiederum was geliefert. Zum Lachen, zum Selbstausprobieren. Ihr wisst, wie's läuft. Okay. Ihr merkt, es läuft besser jetzt. Jetzt denke ich mir, ich habe mir von dem Freund gedacht, warum gehe ich da nicht von unten da rein in die ganze Geschichte? Und ihr seht, so läuft's besser. Und der Schuss ist auch ganz wichtig, den ich da jetzt habe. Was ist das? Das ist eine Laserpistole aus seinem Hals raus, ne? Das kommt gut. Die Karten sind auch cool, aber ich glaube, ich bleibe bei dem Schuss jetzt erst mal. Ihr seht, ich habe noch kein Leben verloren. Ich will's eigentlich auch gar nicht beschwören. Aber ich denke, so wie ich jetzt den Schuss verliere, dann fängt's an mit dem Leben verlieren. also hoffen wir mal, dass es nicht so sein wird. Herr Klaus schreibt gerade, das kommt schon geil, das Game. Das ist auch mega. Das macht doch unfassbar viel Spaß. Wie eigentlich so gut für alle PC-Engine-Games, muss ich ehrlich sagen. Ist ja mal was ganz anderes, wenn wir ganz ehrlich so. Gerade für uns. Für die Japaner ist das nichts anderes. Auch für die Amis ist das nichts anderes. Aber für uns Deutschen, scheiße, ich vollidiot. Für uns ist das was anderes. Ja, hoffen wir doch mal, dass ich da jetzt gut durchkomme. Ja, siehst du? Ich habe es gesagt. Ich habe gesagt, genau so wird es sein. Und ihr merkt, dass es ist so. Da war wieder der Geiermeier am Start. Aber ich denke, ich habe auf jeden Fall, wenn ich jetzt verliere, einen würdigen Abgang bei ihm gemacht. Oh, sogar noch ein Leben bekommen. Geil. Komm, das müssen wir schaffen, Leute. Komm, ich bin on fire. Ich bin ready. Komm, let's go. Ich muss ehrlich sagen, wow, das ist schon, das ist schon ein starkes Stück. Jawohl, wir haben ihn geschafft. Cool. Cool, aber ich glaube, das ist noch nicht der richtige Stage-Boss. Genau. Oh, sieht das schön aus. Ist das eine Mülldeponie? Oh, geil. Ja, das ist genau mein Ding, sowas. Ehrlich, Leute. Ich schwörs euch. Oh, das ist richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Ja, was ist das denn? Gebisse. Ah, fett, geil. Und was haben wir jetzt? Ja, läuft. Ja, moin. Ja, moin. Mega. Jawohl, Klaus. Dankeschön für die ganzen Bits. 500 Bits. Läuft. Dankeschön, mein Lieber. Sehr cooler Support. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Junge. Wie will ich ihm ausweichen? Habe ich's ge... Okay, der Müllberg, glaube ich. Wollte gerade sagen, habe ich ihn schon geschafft? Das wäre krass gewesen. Oh, ich glaube... Nein, ich wollte gerade sagen, die Karten schaffen ihn bestimmt, aber ich glaube, den kriege ich. Ich glaube, den schaffe ich. Ich glaube, ich schaffe ihn. Ich habe ihn geschafft. Geil, Mann. Leute. Wir sehen doch noch die dritte Stage. Mega. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stages das hat, aber ihr merkt, das ist geil. Das ist cool. Rocking Stadium. Das ist geil. Auf jeden Fall. Lohnt sich. Ja, wollen wir ein Leben dazu bekommen? Ja, okay. Wir haben ein Leben verloren. Wie gewonnen. Wie gewonnen. So zerronnen. Also, das ist echt ein Spiel, das würde ich Kindern sogar empfehlen. Also, sollte das mein Neffe Santiago sehen, was ich hier mache, zock das mal. Bin mal gespannt, wie weit du kommst, mein Lieber. Geil. Geil. Nein. Ach, Mann. Klaus schreibt gerade, die Farben sind richtig knackig. Bin ich voll bei dir. Mega. Und die Gegner sind so schön verrückt, so abgedreht. Weißt du? Farbenfrohe Games machen gleich mehr Spaß. Bin ich voll bei dir. Also, ich habe richtig viel Spaß an dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, dass jetzt noch jemand dran ist beim YouTube-Video. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe da echt Spaß mit. Und die Mucke. Das ist so viel gut, Leute. Wisst ihr? Ihr müsst euch nicht sonderlich anstrengen bei dem Spiel. Ihr spielt einfach. Und das sind doch Videospiele. Also, das macht für mich ein Videospiel aus. Einfach mal Kopf aus und gib ihm. Ja, ist das fett. Ach, ist das geil. Geil. Klaus schreibt, wenn ich solche Videos gucke, beziehungsweise deine Videos, dann will ich gleich mitzocken. Ja, tatsächlich geht mir das auch so, wenn ich andere Videos sehe, dass ich es auch spielen möchte. Wenn ich es andere Videos sehe. Wenn ich andere Videos sehe. Geil, ey. Leute, normalerweise verspreche ich mich gar nicht so oft. Das ist immer das Ding mit der Kamera. Ich bin nicht kamerascheu, wie ihr wisst. Aber wenn du beim Gameplay gefilmt wirst, ich weiß nicht. Dann habe ich immer so, irgendwas ist dann da in mir drin, wisst ihr? Ja, das ist komisch. Klaus schreibt, geh mal den Controller her, ich bin jetzt dran. Ey, ich lache mich tot, wenn wir jetzt noch ins vierte Level kommen. Josef sagt, ja, wie ein Fremdkörper. Ja, genau so ist das auch. Bin ich bei dir? Oh je. Ich dachte schon, ich habe ihn jetzt. Oh je. Das war's. Das war's, das war's, das war's. Aber Leute, das hat Spaß gemacht. Boah. Ich muss ganz gut aus diesem Bildschirm raus. Wo war ich das? So geht's. So geht's. Ja, Leute. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Nee, ich bin rot. Das will ich doch nicht. Warte, ich mache eine andere Abmoderation. No. So, jetzt passt es. Ja, Leute. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Ist auf jeden Fall ein Titel, den man mal gespielt haben sollte. Gerade, wenn man Retro-Gamer ist. Ich denke, die meisten werden das Spiel schon gespielt haben von euch Retro-Gamer. Wenn nicht, freue ich mich, wenn ich euch was Neues gezeigt habe. Leute, wenn euch das gefällt, was ich mache, lasst mir gerne einen Kommentar da. Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Peace.